Heute möchte ich euch mal zeigen, worauf man beim Gebrauchtwagenkauf achten sollte. Im Besonderen geht es um das Thema Nachlackierungen und Unfallschäden. Wir nutzen dazu ein Lackdickenprüfgerät, das MD-07 von Etari. Der Lack unter dem Türgriff bildet Bläschen. Die Bläschen resultieren möglicherweise aus einer schlechten Lackierung. Wenn du solche Stellen finden kannst, solltest du genauer hinschauen. Oft liegen danach Lackierungen oder Unfallschäden vor. Der schichtdicken Messer lässt sich über das Drücken des Sensors einschalten. Ihr könnt den Sensor dazu einfach senkrecht auf das Bauteil aufsetzen. Ihr müsst dann leicht gegen die Karosserie drücken. Nach wenigen Sekunden ist die Lackdicke gemessen. Das Gerät gibt einen Ton von sich und der Wert wird im Mikrometer ausgegeben. Hier sehen wir ein Messbild von der Lackprüfung des Kofferraums. Der Sollwert für dieses Fahrzeug ist im Bereich 230 bis 250 Mikrometer. Die Abweichungen nach unten kommen vom häufigen Waschen oder Polieren des Fahrzeugs. Die gemessenen 433 Mikrometer deuten darauf hin, dass nachlackiert wurde. Dazu wurde die Motorhaube noch schlecht eingestellt, weil das Spaltmaß nicht stimmt. Der Spalt wird immer größer. Du kannst dann fast sicher sein, dass ein Unfallschaden vorliegt. Mittig auf der Motorhaube wurde wahrscheinlich gespachtelt oder es wurden mehrere Lackschichten aufgetragen. Der Sollwert wird um ein Vielfaches überschritten. Ihr seht, dass ein Lackdrückenprüfer eine super Sache ist. Mit einem solchen Gerät seid ihr für den Gebrauchtwagenkauf gerüstet und könnt beim Verhandeln argumentieren. Den Itari kann ich nur empfehlen. Das ist ein Lackdrückenprüfer.